Hallo Leute, ich bin Daniel, ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Versetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutsch lernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Heute hat mein Bruder Geburtstag. Früher haben wir seinen Geburtstag zusammen mit der Familie gefeiert. Aber nach unserem Streit vor einem Jahr reden wir nicht mehr miteinander. Heute hat mein Bruder Geburtstag. Früher haben wir seinen Geburtstag zusammen mit der Familie gefeiert. Aber nach unserem Streit vor einem Jahr reden wir nicht mehr miteinander. Wir hatten einen sehr ernsten Streit. Es ging um das Erbe unserer Familie. Unser Opa ist gestorben und er hat einfach versucht, alles an sich zu reißen. Er hat schon versucht, mit mir darüber zu sprechen. Aber ich kann ihm nie wieder vertrauen. Er hat schon versucht, mit mir darüber zu sprechen. Aber ich kann ihm nie wieder vertrauen. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Hallo Mama. Was gibt es? Warum rufst du mich an? Hallo Mama. Was gibt es? Warum rufst du mich an? Schatz, bitte rede mit deinem Bruder. Heute ist sein Geburtstag. Ihr streitet euch schon viel zu lange. Schatz, bitte rede mit deinem Bruder. Heute ist sein Geburtstag. Ihr streitet euch schon viel zu lange. Es tut mir leid, Mama. Aber ich will nicht mit ihm reden. Nicht, nachdem er versucht hat, unsere Familie zu beklauen. Es tut mir leid, Mama. Ich weiß, aber er versucht schon lange, das wieder gut zu machen. Er bereut sehr, was er damals gemacht hat. Ich weiß, aber er versucht lange, das wieder gut zu machen. Er bereut sehr, was er damals gemacht hat. Das ist mir egal. Er hat keine zweite Chance verdient. Warum sollte ich ihm je wieder vertrauen? Das ist mir egal. Er hat keine zweite Chance verdient. Warum sollte ich ihm je wieder vertrauen? Er ist dein Bruder. Bitte gib ihm noch eine zweite Chance. Er hat sich wirklich verändert. Er ist dein Bruder. Bitte gib ihm noch eine zweite Chance. Er hat sich wirklich verändert. Solche Menschen wie er verändern sich nie, Mama. Vielleicht tut er nur so, weil es ihm etwas bringt. Es macht mich sehr traurig, dass meine Söhne nicht miteinander reden. Das ist für eine Mutter sehr schlimm. Bitte sei nicht so, Julian. Es macht mich sehr traurig, dass meine Söhne nicht miteinander reden. Das ist für eine Mutter sehr schlimm. Das verstehe ich, Mama. Aber das ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht derjenige, der die Familie beklauen wollte. Das verstehe ich, Mama. Aber das ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht derjenige, der die Familie beklauen wollte. Wenn du es nicht für ihn tust, dann tu es für mich, Julian. Ich bitte dich darum. Wenn du es nicht für ihn tust, dann tu es für mich, Julian. Ich bitte dich darum. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde, Mama. Meinst du das wirklich ernst? Du weißt, dass ich alles für dich tun würde, Mama. Meinst du das wirklich ernst? Ja, ich meine das ernst. Es bedeutet mir sehr viel. Ja, ich meine das ernst. Es bedeutet mir sehr viel. Okay, dann werde ich jetzt losfahren. Bis gleich, Mama. Okay, dann werde ich jetzt losfahren. Bis gleich, Mama. Bis gleich, Liebling. Bis gleich, Liebling. Ich wünsche mir auch, dass unsere Familie wieder zusammen Geburtstage feiern kann. Ich wünsche mir auch, dass unsere Familie wieder zusammen Geburtstage feiern kann. Aber ich weiß nicht, was mein Bruder sagen könnte, damit ich ihm wieder vertraue. Was er gemacht hat, war einfach zu schlimm. Aber ich weiß nicht, was mein Bruder sagen könnte, damit ich ihm wieder vertraue. Was er gemacht hat, war einfach zu schlimm. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hallo, Julian. Danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Hallo, Julian. Danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Natürlich, Mama. Für dich würde ich alles tun. Wo ist denn mein Bruder? Natürlich, Mama. Ich werde mit ihm reden, aber ich kann nicht versprechen, dass es etwas bringt. Hallo, Bruder. Hey, Julian. Wie geht es dir? Hey, Julian. Wie geht es dir? Wir brauchen keinen Smalltalk. Komm am besten gleich zur Sache. Wir brauchen keinen Smalltalk. Komm am besten gleich zur Sache. Es tut mir wirklich leid, was ich damals gemacht habe. Es tut mir wirklich leid, was ich damals gemacht habe. Das ist alles. Es tut dir leid, warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Das ist alles. Es tut dir leid, warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Das wird es nicht. Das wird es aber nicht. Nicht, nachdem du versucht hast, uns zu beklauen. Halt, warte, ich muss dir noch etwas erzählen. Was denn? Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich euch beglauen wollte. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich euch beglauen wollte. Warum dann? Ich hatte Schulden und Geldprobleme. Ich habe dringend Geld gebraucht, deshalb habe ich das gemacht. Warum sagst du das nicht gleich? Ich hätte dir geholfen, wir sind deine Familie, wir sind für dich da. Ich habe mich geschämt, ich konnte es nicht erzählen. Bitte verzeih mir Bruder Herz. Ich habe mich geschämt, ich konnte es nicht erzählen. Bitte verzeih mir Bruder Herz. Ich verzeihe dir Nils. Ich verzeihe dir Nils. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutsch lernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß.